hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal hier bei holy lol ich habe ja gerade schon angekündigt es gibt heute noch ein video und da sind wir auch schon denn ich möchte euch etwas schenken ich habe nämlich hier in der garage beim inventar und bei den vorlagen und bei import zwei dingos und einen davon möchte ich euch schenken sobald ich die 500 abos zusammen habe wenn nämlich dann die 500 abos da sind wird es ein video geben unter dem ihr kommentieren könnt und aus diesen kommentaren werde ich mir einen zufälligen aussuchen der dann ein dingo geschenkt bekommt natürlich nicht die vorlage sondern das fertige auto ich werde es herstellen und euch dann den dingo schenken ihr müsst nur darauf achten ich spiele auf epic games heißt am pc ihr müsst natürlich dann wie gesagt darauf achten dass ich euch den auch handeln kann mehr braucht ihr nicht beachten sobald ich die 500 abos habe wird es ein video geben darunter könnt ihr kommentieren ich werde mir zufällig einen aussuchen es wird kein gewinnspiel geben oder sonst was ihr müsst nichts beantworten ihr müsst einfach nur kommentar unter dem video dann schreiben mehr braucht ihr nicht zu tun und die 500 abos ich sag mal so das geht ruckzuck wenn ihr jedem sagt ey guck mal da abonnier den der verschenkt bei 500 abos ein dingo ja rucki zucki 500 abos zusammen rucki zucki verschenke ich den dingo und ich habe ja noch so ein dingo entwurf falls das interesse besteht verschenke ich den dann bei 750 abos oder sowas mal schauen vielleicht mache ich das ja auch generell dass ich irgendwie alle 200 300 abos irgendwas verschenke jetzt ist aber erstmal der dingo dran bei 500 abos heißt abonnieren 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 um eine chance auf ein gratis dingo zu haben kann es denn einfacher sein einfach nur ein abo button drücken und eine chance auf dem dingo zu haben für umsonst ich glaube nicht so jetzt zum ende des videos ich hoffe alles wurde verstanden als fragen sind schreibt mir und in die kommentare eure frage ich werde sie natürlich beantworten und jetzt zum ende denkt dran abonnieren abonnieren um die chance auf einen gratis dingo zu haben es war noch nie einfacher an ein dingo zu kommen so jetzt wünsche ich euch noch einen schönen tag das war schon mit dem video wir sehen uns beim nächsten video wieder denkt dran am sonntag wird auch wieder ein turnierpunkte opening auf meinem kanal sein heißt also auch da lohnt es sich zu abonnieren jetzt wünsche ich euch noch einen schönen tag bis zum nächsten video